alle sind die nur blöd oder was kommt da die alle hier gewandert ich kann nicht mal so weit hoch gucken das ist ja blöd gemacht ja so komm mit dem schnitzel mal mit dem mit ein bisschen rum ist ja nur am weg hier hallo ich bin es ja auch nicht so gesund aus die fuzzis da und er hat auch nichts in sich geh mal aus der füße wie lustig seid ihr tot tschüss hau ab hier wo kommen denn die alle her dass die immer so unankoordiniert in die gegend rum rennen müsse das ist ja so blöd echt blöde kackis ich habe doch mal was da gelassen hier und der scheiß doch da immer noch rum um kräuche und fläuche immer diese hinterhelligen angriffe da gibt's doch gar nicht kann ich hier speichern die 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 liege einem hier in der gegend rum das ist ja unmöglich sie ist ja ekelhaft ja muss ich mal sagen jetzt geh doch mal aus der füße wo hängst du mir da in der gegend rum das ist ja nicht wahr ein bisschen aufräumen hier was dann da los meine herrn so wo muss ich denn muss ich jetzt da runter oder muss ich da rüber oder wo muss ich denn hin ich geh mal da rüber ich geh mal hier lang und guck einmal komm ich da nicht her komm ich da nicht her komm ich da nicht her bist du tot? ja sind wir da voll, toll ja ja ich muss da lange ey die sind ja alle so tot aus hier, was ist denn hier los? hm so toll ist das nicht hier hoch wer wird denn gleich den kopf verlieren was haben wir hier noch laserkanonenergie plasmaenergie aber für meine strahlenkanone habe ich keine energie gefunden das ist ja mal was saublöd so es geht immer aus dem weg hier also das ist ja unmöglich hier die futzels da liegen da immer im gegend rum ist ja ekelisch so jetzt gucken wir hier nochmal schnell rein und dann werde ich gleich mal eine aufnahmepause machen denke ich weil irgendwie ich höre es schon, ich höre es schon, hallo wo ist er? links oder rechts? das ist hier die frage ist er tot? ja ich komme schon wieder gleich durch die Decke gekrabbelt oder irgend sowas da ist er juhu ich muss mal hinter mich gucken in der letzten Zeit kommen die immer hinter mir da raus die futzelskulls da noch einer ohne Fahrschein, hallo noch einer ohne Fahrschein da ist ein Job, das ist gut was gibt es hier? aaaaaaah was Inventar ist voll hee jetzt muss ich nochmal in mein Inventar reingucken ist denn das voll? was habe ich denn da so viel? ach ich habe von dem so was also da muss ich mal einen wegschmeißen ich brauche hier Strahlenkanonen-Energie und jetzt ist das andere geschlumpel da ähhh und dann rein weg so und dann will man Strahlen-Energie bekommen nee brauchen wir nicht brauchen wir nicht so könnte ich mir welche kaufen dann kaufe ich mir doch welche ja ähhh Energie-Kanonen-Rippe-Plasma-Energie-Strahl-Munition aber äh super kann ich mir viel kaufen, ne Inventar ist voll, also gut na dun haben wir ja genug nee Textlog dürft ihr wieder mitlesen Probleme in der Weiterverarbeitung Logbuch des Abbaudecks Kreuz G die Situation bla 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 hier hat sich um einiges verschlechtert der Schwerkraftausfall trat ein als wir gerade Asteroiden untersuchten ach Schwerkraftausfall, das war mir schon klar also wenn ihr es lesen wollt Pause machen, dann könnt ihr lesen wir latschen weiter ich brauche eine Speicherstütze da sind das hier hab ich jetzt hier Sperellosigkeit? ach nö, das ist doch blöd, oder? was ist da ein Asteroiden reingeklumpt? was ist denn da? Hallo? komm ich hier weiter? ich muss da raus das ist ja mal so winter so typisch scheiße, oder? ah toll, tolle Wurst Entritt Schwerelosigkeit die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung sie wird sich nicht öffnen lassen bis die Schwerkraft wieder hergestellt ist das kannst du aber nicht bis diese Steinbrocken da raus sind vielleicht kannst du sie mit deiner Chineserwaffe in den Schwerkraftstahl befördern zerstört wo, 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 wo ich höre es doch, wo sind die? Hallo. Ach, da. Was ist denn das für einer? Pistisch doch. Noch irgendwo einer? Ich höre es doch. Irgendwo ist noch so ein Futsi. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Bis er wieder vor mir steht. Ah, da bist du. Und noch einer. Oh, oh, oh.